Wie kannst denn du da so ruhig am Tisch sitzen und die Zeitung lesen und da? Wir haben keinen Tupfgeld mehr, nichts mehr. Ja, ich habe auch keins mehr. Ja, aus Amerika ist schon, ich glaube, drei Monate nichts mehr hergekommen zu uns. Weißt du was, bringen wir mal einen Cognac, dann wird mir schon was einfallen. Ach, du mit deinem Cognac, ob auch weißt, was hilft, mein Gott. Na, schau dir, dass da was einfallen. Ich werde wieder schreiben, nach Amerika. Was, was wirst du schreiben? Ja, da wird mir schon wieder was einfallen. Ich, erfahren, du glaubst, das funktioniert schon. Ja, aber das, das glaubt sie da doch nie. Ja, sie muss es glauben, hilft dir nichts. Die kann nicht herkommen, nachschauen. So, mit dem gehst du jetzt auf die Post, schau dir, dass du ein wahnsinniges Kuvert kriegst und schickst es weg. Na, gut ist ja leider, dass die nie herkommt, weil da können wir ja weiterhin so eine Geschichte rein drucken. Hauptsache, dass das Geld kommt weg. Ha, der Cognac weiß wer. Ja, ja. So, jetzt fertig lesen. Ja, die gelegen. Ja, die gelegen. Untertitelung des ZDF, 2020